rb 81 11 564 hamburg hauptbahnhof ahrensburg es ist 6 uhr 23 fahren sie diese regionalbahn von hamburg hauptbahnhof nach ahrensburg und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge chain symbol 3 denn spielers so wir werden hier natürlich als allererstes mal den zug aufrüsten so Gucken wir, ob das jetzt geht. Die AFB natürlich einstellen. ASB, ASB, ASB Wiese auf 40 Stellen. ASB Der Bike ist soweit. So, wir können die Tür verriegeln. Das machen wir natürlich. Auf geht's. P İzley Kanäle WEx Wings Witz 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 So, geht's? Dem Sonnenaufgang entgegen? Aber sagt mir mal bitte, warum das mit dem Scheiß zum Zielanzeiger nicht funktioniert. Was mache ich verkehrt? Es ist die Sonnfahrt. Das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht funktionieren. Zugbeeinflussung. Küsse dich hin, ich weiß nicht woran es liegt. Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, aber ich habe keine Ahnung. So, die Barschel. So, die Barschel. So, die Barschuhe. So, die Barschel. So, die Barschel. So, wir fahren jetzt um die Barschel. So, So, dann brauchen wir gleich 100. Sie warten wir natürlich. Sie fahren, Sie fahren. Das wird schon Gegenzug entgehen. So, 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 Das ist ein schönes Wachstum. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Naja, ich weiß es nicht. So, nächste Station Hamburg-Wamsbeck. Jetzt. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt auch nicht allzu weit weg. Sie fahren. Sie fahren. Eigentlich treten wir schon wieder Bremsen, brauchen wir gar nicht weiter aufschalten. Sie fahren. Weil wir nämlich jetzt schon am nächsten Ziel sind. Hamburg-Wamsbeck. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier haben wir, ich brauche nur noch so ein schönes Riesenrad, sehr sehr nice, sehr sehr nice, scheint so eine Art Kirmes zu sein. Dann kriegen wir mal in der Zwischenzeit Türen und seht euch das mal an, bei so einer Art Zirkus oder so zu sein. Probieren wir mal 5 Kilometer bis Hamburg-Tondorf. So, nochmal Leistung. Die Art Bär will ich aufscheiden. Mal mit dem Türen gleich vorbeischlingeln. Mal mit dem Türen. Mal mit dem Türen. Mal mit dem Türen. Wunderbar. Einiges los hier an diesem frühen Morgen. Mal mit dem Türen. Mal mit dem Türen. So, Hamburg-Tonndorf haben wir dann auch sofort erreicht. Wunderschön. Wunderschön. Werden wir? Vorsicht bei der Einfahrt. So, Töne verriegeln. Dann geht's weiter. Nächste Station, Hamburg-Rahlstedt. Wunderschön. 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 Wir sehen uns ordentlich Verkehr auf der Strecke. So, 6.41 Uhr sollen wir dann in Rallstedt sein. Sollten wir auch schaffen. Sollten wir auch. So, Wegverkehr. Sollten wir auch. Wenig. Aber wir stehen immer noch vor dem Signal. Und daher passt das. So, wir sollen bis 6.42 Uhr warten, das machen wir. Ja, um 6.42 Uhr fährt hier die RB81 nach Ahrensburg ab. Das sind wir. Hier kommt der Gegenzug. Wir kommen jetzt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Nächste Station, Ahrensburg. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. 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 Das wird Sie fahren Wieder gegen Verkehr Wunderschön 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja So, gleich 60 Zug bei Einflusson So Zug bei Einflusson Ja, dann den Vergleich in Ahrensburg Ach, was war denn da? Die schöne Diesellok, habt ihr es gesehen? Ja, dann den Vergleich in Ahrensburg Wunderbar Da fahren wir schön In den Bahnhof ein Zug bei Einflusson Zug bei Einflusson Oh, mein Gott! Wunderbar! Ja, das hätten wir soweit Ich würde sagen, wir haben alles pünktlich erreicht Ohne Probleme, ohne Zwischenfälle Das muss man auch mal erwähnen So, der EB81 fällt dann wieder zurück in Hamburg Ich würde diesmal ohne uns Denn wir haben das soweit erledigt Gold erhalten, wunderbar Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen noch um Da, wenn nicht, macht mir immer gar nichts Habt noch einen schönen Sonntag Passt auf euch auf Beziehungsweise Wann dieses Video auch immer wieder veröffentlicht wird Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag Habt eine schöne Zeit Bis zum nächsten Mal Euer Dedenkspieters Macht's gut Ciao Servus und Tschüss